Herr Bauer, letzte Woche war ich im Wald unterwegs und habe einen Fliegenfelz gefunden. Oh, du bist glücklicher. Genau, ja. Und habe dann tatsächlich den auch mitgenommen, habe den in der Hand gehalten. Und der war so eine Handvoll, also Hand groß ungefähr, an Fläche groß. Und auf dem Rückweg kam mir dann eine Familie entgegen und die Mutter hat mir dann auch ganz lauthals gesagt, dass man den besser nicht essen sollte. Und ja, in Anlehnung an unser Gespräch habe ich mich schon gefreut, dass ich mehr erfahren werde. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, aber wie hätten Sie in dieser Situation reagiert? Ja, am besten eben humorvoll. Also ich hatte ja so einen Fliegerpfarrer, der hat für mich immer Fliegenpilze gesammelt. Den ganzen Kopf voll. Und wenn er dann ins Dorf kam, haben ihn die Bauern angesprochen, was er denn vorhätte. Es wäre tödlich, Fliegenpilze sei tödlich und er möge doch um Gottes Willen die nicht essen und so. Und dann hat er immer im Spaß gesagt, nee, ich habe Touristen zu Hause, die sollen mal endlich gehen. Für die habe ich die Hilfe geblückt. Also er hat mit Humor darauf reagiert, ohne dass er jetzt über irgendwelche Hintergründe wirklich Bescheid wusste. Er hat einfach für mich das erledigt. Also er hat sich das ein Gefühl, das ist das Wagen. Und dann, wenn ich den Chifford hab, für die Himmung auszulgert. Und dann geht es mir vor, ich denke, es darf nicht alles vor, ich gehe. Und dann geht es mir wieder. Und dann geht es mir wieder zum Z natten. Und dann geht es mir wieder. Also gehts mir, ich gehe. Vielen Dank.